Hi Leute, wir haben heute mal wieder ein 2022er Game im Test Terror Time, frisch auf Steam im Oktober rausgekommen von Sweetie Boy. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Und spielen den ersten Level. Das ist ein schlicht und einfaches. Powered Events Spiel, so wie es ausschaut. So, dann schauen wir mal, ob da was noch kommt. Weil ich habe jetzt einfach meinen Panzer eingestellt. Ich hätte vielleicht woanders hinstellen sollen. Aber, na okay, dann starten wir mal. Das war nicht genial gestanden. Okay, klack. Das macht mich natürlich gleich alle. Okay, noch 90 Prozent, das geht noch. Vielleicht besser, wenn man näher hinstellt. Aber schlauer ist mir noch immer. Mal. Vielen Dank. Und Level 2. Ich glaube hier ganz gut und dann los mal. Ich glaube hier. Nicht gerade auch schwer. Ich glaube hier. 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 Ich glaube hier.